Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen Vorolimpisches Volleyball, immer noch kein Ergebnis, Peru verlor am zweiten Tag des vorolimpischen Volleyballspiels mit 0 zu 3 gegen Brasilien. Das peruanische Volleyballteam konnte Brasilien nicht schlagen und verlor beim zweiten Spiel der Gruppe B der Vorolimpiade 2023 mit 0 zu 3. Zeigt keine Anzeichen einer Besserung. Das peruanische Volleyballteam unterlag im zweiten Spiel der Gruppe B der vorolimpischen Meisterschaft auf dem Weg nach Paris 2024 mit 0 zu 3 gegen sein brasilianisches Pendant. Die von Francisco Hervas angeführte Mannschaft konnte keine der südamerikanischen Mächte besiegen und verlor in nur 70 Minuten mit 25 zu 14, 25 zu 13 und 25 zu 15, drei weniger als bei der Niederlage gegen Japan beim ersten Spiel. Mit diesem Ergebnis liegt Bicala mit 0 Punkten auf dem letzten Platz seiner Gruppe, hinter Argentinien und Bulgarien, die ebenfalls nicht gewonnen haben, aber im Turnier mehr Punkte erzielt haben als die peruanische Volleyballmannschaft. Brasilien ist in allen Registern überlegen. Brasilien zeigte gegen Peru, dass es einer der Kandidaten für den vorolimpischen Titel ist. Tatsächlich übertraf er ihn in allen Rekorden, 44 Angriffspunkte, 11 Blockpunkte, 3 Aufschlagpunkte und 16 Fehler. Die beste Torschützin des Spiels war Gabriela Guimareis mit 13 Angriffspunkten, 2 Assen und 2 Blocks, also insgesamt 17 Punkten. Zweite wurde Julia Bergmann, die 13 Punkte beisteuerte. Es war ein guter Sieg gegen Peru, sagte Bergmann nach dem Spiel. Wir haben im Vergleich zum Spiel gegen Argentinien einige Dinge verbessert. Wir haben uns besser an den Platz angepasst und ein konstanteres Spiel gespielt. Wir können aus schwierigen Situationen schneller herauskommen. Es war ein gutes Spiel, aber wir müssen uns in jedem Spiel weiter verbessern, fügte der Spieler hinzu. Auf peruanischer Seite war Aixa Vigil der beste Torschütze, der 14 Punkte erzielte. Und auf dem zweiten Platz landete Isabella Sanchez mit 8 Punkten. Perus nächstes Spiel wird gegen Türkiä sein. Das Spiel wird am Montag, 18. September, um 23 Uhr ausgetragen. Peruanische Zeit. Peru News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.